Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel 1 Mehrspielermodus. Wir spielen Monaco. Es gibt kein Qualifying, so wie ich das gesehen habe, dann geht es gleich in Rennen über. Es wird so ein Kurzfall, es gibt nur 5 Runden, das heißt es gibt 7 Runden oder so. Und Kollision ist an, Safety Car aus, Ghosting ist an und Mike Gucken, Autoschaden aus. Das ist natürlich gut. Das ist natürlich ein Fahrzeug. Kann das nicht immer mal gegnert werden? Ah, die Bahn erst mal ist. Ja, ok. Oh, ich habe mal auf Sturm gestellt. Oh, ich weiß nicht, es ist an. Kann ja auch mal möglich sein, dass es raus ist. Wir haben es gerade 14 Uhr, es ist wieder ein spontanes Video, weil ich noch nicht los muss. Das heißt, ich muss mal los. Und jetzt sind ja sowieso nur 5 Runden. Wie geht das denn auch? Ich starte fast so ganz hinten. Ich starte sogar ganz hinten. Ey. Scherz. Alter. Ich habe wieder mal einen Lenkrad hier. So. Scheinlich, Alter. Boah, Alter. Boah, dann sind das ja... Ohne Autoschaden. Ja. Überholen. Ja. Ja, einfach durch. Ohne Autoschaden. Okay, jetzt spreng die rein. Aber wieso, das ist... Oh, 11K. Ja, so weit, so gut. Cool. 11K. Wir haben eine Zeitstrafe erhalten, die mit der Gesamtbrennzeit... Wieso das denn? Wieso das denn? Oh, ich bin auch fast cool. Alter. Ich bin wieder 11. Und habe zwei. Scheiße, ich bin auch schon. So, könnt ihr mal nicht hinten drauf fahren. Nein. Ich bin ja sowieso nur fünf Runden rein. Oh, wir sind extra... Oh, wir sind extra... Oh, wir sind extra... mit dem DBS-Sektor. Okay, DHS ist jetzt verfügbar. Er bringt uns aber nicht. Er leckt die mit Sau. Oh, verdammt. Wo ist es überhaupt oben? Ich bin glücklich, dass hier kein Autoschrank drin ist. Sonst wäre es... Oh Gott, hallo Lenk. Haben viele aber nicht, weil sie... ...und darf... ...ich gleich mal so ruhig, fünf Jahre. Komm, gib Gas jetzt! Es sind nur noch... ...drei Runden... Oh... Nicht, dass ich noch meine... ...schlafkassiere. Holy shit. Jetzt... ...zwei Sekunden... ...habe ich das hier bei dem Nichts. Zwei Sekunden... ...zwei Sekunden... ...fh... ...schaffe ich hier. Du hast für den Vorfall vorhin eine Zeitstrafe erhalten. Das ist mir völlig egal. Ich bin aber Vierter, äh Zweiter sehe ich schon. Ja Vierter insgesamt. Das ist eine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ich weiß, dass meine Sonne... Ja, Vier Sicken werde ich effektiv haben. Okay, alles klar. Wow. Geräusch bin ich jetzt weiter... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay, hier ist Jeff. Du musst mit dem Schneiden der Kurven aufhören, sonst verpasst ihr die Rennleitung eine Strafe. Ja, ha, 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 ha. Der hat auch eine Strafe. Der hat auch eine Strafe. Der hat auch eine Strafe. Ah, zweiter. Wie geil! Ich bin noch zweiter. Nein, bin ich nicht. Fuck! Ich bin dritter. Aber ganz, ganz, ganz knapp. Ah, fuck. Dann bin ich aber nur dritter. Oh, ganz knapp dritter, ey. Mann! Und die noch eine Runde. Ja, okay. Ah, dritter. In die Top 3 bin ich wenigstens gekommen. Und das war jetzt zwar ein... Oh, ich befahre. Es stimmt, weil ich von hinten gestartet bin. Ich bin sogar Fahrer des Tages. Ich hoffe, es hat euch noch schon Spaß gemacht. Macht natürlich ein Like, ein Abo oder ein Kommentar da, wenn ihr wollt. Immer noch kurz vor den 100 Abonnenten noch 3 Abonnenten. Und ich hoffe, ihr gebt einen Daumen nach oben da. Haut rein. Ciao. Ciao.